Ich zeige euch jetzt die Übung Halbmond. Dafür gehen wir wieder in unsere Ausgangsposition zurück, richten uns auf und lassen die Arme ganz locker hängen. Wir neigen den Kopf zur Seite und nehmen das Kinn ganz dicht vor der Brust vorbei und kreisen, bis wir über die andere Schulter schauen. Hier das Kinn anheben, einatmen und mit der Ausatmung wieder ganz dicht kreisen, schön langsam und gleichmäßig und wieder das Kinn anheben und mit der Ausatmung kreisen. Diese Übung 15 Mal zu jeder Seite wiederholen. Das macht die Halswirbelsäule beweglich und entspannt die Schulternackenmuskulatur. Wichtig ist, dass ihr aufgerichtet bleibt und langsam im eigenen Atemtempo die Übung durchführt. Dann langsam wieder lockern. Drei, jetzt kommt das Kinn anheben. Dann kommt das Kinn. Alles Ultime.